Das fängt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 9. Juli. Ich heiße Imkar Abiga und ich freue mich, mit Ihnen in den Tag zu starten. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist gestern sehr zum Ärger seiner europäischen Partner und den Vereinigten Staaten für einen Besuch nach China gereist. Bereits am vergangenen Dienstag besuchte er das erste Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine und am Freitag dann direkt den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Bei X betitelt Orban seine aktuellen Staatsbesuche als Friedensmission 3.0. Welche Strategie der ungarische Ministerpräsident damit verfolgt und welche Auswirkungen seine Alleingänge auch auf die EU haben könnten, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Paul Ronzheimer. Direkt hier nach den Nachrichten. Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Wie geht's weiter mit dem 49-Euro-Ticket? Darüber haben die Verkehrsminister auf ihrer Konferenz noch keine Entscheidung gefällt. Bis Oktober soll ein Beschluss vorbereitet werden. Der Preis von 49 Euro, so viel scheint aber sicher, wird sich nicht halten lassen. Nach Problemen mit Sauerstoffmasken sollen in den USA jetzt mehr als 2600 Boeing 737-Flugzeuge überprüft werden. Das hat die US-Flugaufsichtsbehörde angeordnet. Die Unternehmen müssen jetzt prüfen, ob die Sauerstoffgeneratoren korrekt eingebaut und mit den Masken verbunden sind. In den USA startet heute der Prozess gegen Schauspieler Alec Baldwin nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau. Das Ganze war vor knapp drei Jahren bei Dreharbeiten zu einem Western passiert. Baldwin muss sich wegen Totschlags verantworten. Ihm drohen bis zu anderthalb Jahre Haft. Ungarns Regierungschef Viktor Orban sieht sich neuerdings als eine Art Vermittler im Ukraine-Krieg und spricht in seiner Funktion als EU-Ratsvorsitzender nun mit Zelensky, Putin und mit Chinas Xi Jinping über den Frieden. Welche Position Orban dabei eigentlich vertritt und wie aussichtsreich seine Bemühungen sind, darüber hat mein Kollege Paul Ronsheimer noch kurz vor Orbans überraschendem Aufbruch nach China mit ihm gesprochen. Und ich spreche jetzt mit Paul. Hi Paul. Hallo, grüß dich. Bevor wir hier über die Bedeutung von Viktor Orbans selbsterklärter Friedensmission sprechen, kannst du vielleicht nochmal kurz umreißen, wer ist eigentlich dieser Mann an Ungarnspitze und wofür steht er? Viktor Orban ist ungarischer Ministerpräsident, das seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich kann mich persönlich als jemand, der das politische Geschehen in Europa beobachtet, kaum noch an einen anderen erinnern als ihn. Er wurde einst als ganz junger Mann mal abgewählt, kam dann zurück und hat sich in den vergangenen Jahren, das kann man so klar sagen, immer weiter nach rechts entwickelt. Also man würde wahrscheinlich in Deutschland sagen, seine Partei ist eine rechtspopulistische Partei. Er pflegt auch enge Beziehungen zur AfD oder zur FPÖ in Österreich oder zu Georgia Meloni in Italien. Seit dem 1. Juli ist Orban jetzt EU-Ratspräsident und seine erste Amtshandlung war quasi Reisen in die Ukraine, nach Russland, zu Putin und jetzt eine weitere Reise nach China, dem vielleicht wichtigsten Partner Russlands. Und er nennt das Ganze eine Friedensmission. Welches Ziel verfolgt er denn? Viktor Orban sagt, dass er dafür sorgen will, dass wieder gesprochen wird. Er spricht selbst noch nicht von Verhandlungen, sondern er sagt, es müsste jetzt dafür gesorgt werden, dass man schauen kann, wie denn die Ukraine und Russland an einen Tisch kommen können. Seiner Meinung nach gibt es keine andere Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Aus seiner Sicht könne Russland nicht geschlagen werden, egal wie viele Waffen aus dem Westen kämen. Er hat auch im Interview mit mir immer auf die Anzahl der russischen Soldaten verwiesen und auch darauf, dass Putin in dem Gespräch ihm gegenüber klar signalisiert habe, dass er fest an einen Sieg glaube. Man muss einmal definieren vielleicht noch, was versteht Putin unter einem Sieg. Ganz zu Beginn wollte er Kiew verobern, das hat er nicht geschafft. Und jetzt geht es vor allem in erster Linie darum, die Regionen Donetsk, Lujansk, Saporizia und Charkiv zu besetzen. Und das ist ihm bislang nur in einem kleinen Teil gelungen, also in Donetsk und Lujansk sehr weit. Aber insbesondere in Charkiv ist zum Beispiel die Stadt Charkiv selbst, die Millionenstadt unter ukrainischer Kontrolle und viele andere Regionen auch. Orban hat sich ja immer noch nicht so richtig auf die EU-Linie zur Verurteilung von Russlands in diesem Angriffskrieg gestellt. Wie bewertet er denn den Angriff Russlands auf die Ukraine? Also wenn man Orban damit konfrontiert, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist, dass er die Truppen nur zurückziehen müsste, um für Frieden zu sorgen. Wenn man also über den 24. Februar spricht, da äußert sich Orban sehr zurückhaltend. Er sagt, ja, Russland habe diesen Angriffskrieg begonnen, aber er benutzt zum Beispiel nicht die Terminologie Kriegsverbrecher oder lässt sich auch nicht darauf ein, über Schuld zu sprechen. Er sagt, es sei nicht an ihm oder überhaupt bringe es nichts, jetzt über Schuld zu sprechen, sondern dieser Krieg müsse beendet werden und er verweist immer wieder darauf, dass jeden Tag dort Menschen sterben und er sieht dort, so beschreibt er es, eine moralische Pflicht jetzt dafür zu sorgen. Ich habe ihn dann immer wieder auch mit den Argumenten der Ukrainer konfrontiert, dass sie sagen, sie wollen eben keine Gebiete an Russland abgeben. Ich habe ihn mit Butscher konfrontiert, was da passiert ist, mit den Kriegsverbrechen, die die Russen in allen Orten immer wieder verübt haben und verüben. Aber darauf lässt er sich dann in so einer Diskussion kaum ein, sondern verweist immer wieder darauf, dass aus seiner Sicht es dennoch keine andere Möglichkeit gäbe, als Gespräche herbeizuführen. Genau das, also seine moralische Verpflichtung, der er jetzt folgt und Gespräche sucht, das wird von Politikern in Deutschland, unter anderem von Wirtschaftsminister Habeck, kritisiert. Sie distanzieren sich von Orbans Besuch in China. Warum? Deutsche Politiker und alle europäischen Politiker distanzieren sich davon, weil sie sagen, die Ukrainer müssen festlegen, wann es Gespräche geben kann. Sie sagen, dass Putin nicht gewillt ist, sich auf irgendetwas einzulassen. Ich habe ja gerade schon die Forderungen oder das Kriegsziel von Putin angesprochen. Und aus Sicht der Europäischen Union und auch der USA bringt es nichts, momentan mit Putin zu sprechen, solange er daran festhält. Wenn ich es mir allerdings anschaue, dann muss man auch schon klar sagen, dass unter denjenigen, die jetzt Viktor Orban kritisieren, auch einige dabei sind, die eben nicht bereit sind, die Ukraine mit so viel westlichen Waffen auszustatten, dass sie zum Beispiel nicht nur Gebiete verteidigen könnte, sondern auch Gebiete zurückzuerobern. Also all diejenigen, die über einen Sieg der Ukraine sprechen, müssten dann auch diesen Taten folgen lassen und entsprechende Waffen liefern. Aber das passiert auch gleichzeitig nicht. Von daher, aus meiner Sicht, diejenigen, die jetzt diese Reise von Viktor Orban kritisieren, müssen doch auch eine unangenehme Frage beantworten. Nämlich, sind sie denn dann bereit, mehr zu machen, wenn sie keine Gespräche wollen? Eine Sache, die Orban angelastet wird, wenn es um die Besuche jetzt geht, sind, dass er nationale Interessen vertreten würde. Was denkst du darüber? Also Viktor Orban wirkte sehr selbstsicher auf mich in diesem Interview, auch vorher und nachher. Er hat sich auf alle Fragen eingelassen, aber er ist sehr von seiner Meinung überzeugt. Ich glaube tatsächlich, dass er das so sieht, wie er es formuliert. Dass dazu kommt, dass der Ministerpräsident eines eher kleinen Landes so in der Öffentlichkeit ist, dass er von Zelensky, Putin jetzt dem chinesischen Staatspräsidenten, möglicherweise bald dem US-Präsidenten, zumindest am Rande des NATO-Gipfels, empfangen wird. Das gefällt ihm ganz sicher. Und natürlich ist er mit dieser Position, dass er sagt, es müsse Gespräche geben, in einem Reigen eben der eher rechtsgerichteten und, das muss man auch sagen, der eher linksgerichteten, also in Deutschland wäre drin, ist BSW und AfD, die diese Position von Orban unterstützen. Und wie viel Macht verleiht ihm nun seine Rolle in den nächsten sechs Monaten als EU-Ratspräsident, auch mit Blick darauf, dass er jetzt seine Fraktion im EU-Parlament mit Le Pen, die Patriots for Europe, ja durchbringen kann? Also es hat ihm sicherlich dabei geholfen, diese sogenannte Mission zu starten. Aber am Ende kommt es darauf an, vor allem, was die Ukrainer sagen, aber auch, was von den USA kommt. Und dann ausgesamt Europa. Und da gibt es sehr viel Ablehnung für diese Haltung, für diese Positionierung von Orban. Deswegen glaube ich, am Ende hilft ihm auch nicht der EU-Ratsvorsitz. Ich denke, es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wenn es eine Bereitschaft gebe, dann wird sie sicherlich kommuniziert werden. Die gibt es aber bislang von den Ukrainer nicht. Und wenn man dann sieht, dass nur zwei Tage nachdem Orban aus Moskau zurückgekehrt ist und über einen möglichen Frieden gesprochen hat, Wladimir Putin Hyperschallraketen einsetzt, um ein Kinderkrankenhaus zu bombardieren, so hilft das ganz sicher auch nicht dem Weg, den Orban gehen wollte. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Welche Auswirkungen könnten denn Orbans Alleingänge und seine Position auf die Glaubwürdigkeit oder die Außenwirkung der EU haben, deiner Meinung nach? Also ich denke nicht, dass es große Konsequenzen haben wird auf die Wirkung innerhalb der EU. Denn dass Viktor Orban eine andere Position hat oder auch andere Politiker, von denen ich schon gesprochen habe, das war schon die ganze Zeit klar. Er war ja immer so ein bisschen der Outlaw in Europa. Ich denke dennoch, dass diese umfassende Reise sicherlich auch bei der NATO diskutiert wird. Und ich denke, es reicht nicht, wenn man jetzt von deutscher, französischer oder auch amerikanischer Seite einfach nur das ablehnt, was Orban tut. Ich denke schon, dass wir auch in Wahlergebnissen gesehen haben, dass der Druck zunimmt, was die Ukraine angeht. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Also entweder eine noch viel stärkere westliche Unterstützung oder aber die Konfrontation mit der momentanen Realität. Und das wären dann tatsächlich irgendwann Gespräche. Davon gehen ja, und das muss man vielleicht auch nochmal klar sagen, ja ohnehin alle Experten aus, dass es irgendwann in diesem Krieg, die Europäer und Amerikaner sagen dann ausschließlich, wenn die Ukrainer wollen, dass es irgendwann Gespräche geben wird. Ich danke dir für deine Einschätzung, lieber Paul. Danke dir. Das war es für heute von mir. Viktor Orban reist von China übrigens direkt weiter zum NATO-Gipfel nach Washington. Um die dortigen Geschehnisse wird es auch in unserem Podcast This is America diese Woche gehen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Hören Sie doch gerne mal rein. Darüber hinaus freue ich mich wie immer, wenn Sie bei Spotify an unserer Umfrage teilnehmen. Meine Frage heute, ist Orban Ihrer Meinung nach gefährlich für die EU? So oder so haben Sie einen guten und vor allem stressfreien Dienstag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr und die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast. 80.000 Uhr zu verlieren. Gerade deswegen sind uno wunderschö警. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Überraschung. accompany Satz Abonnieriamo-B помог. ındakibody. Saya kasih. Wir sehen Sie, das Team. Wir sehen Sie – wie Z και400,point-Eenos.